Willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Modern Warfare Remastered Und wir machen einfach mal. Ach lol. Okay. Ja, ist okay. Ich check mal ganz kurz alle. Oh! Oh, ich seh' nix! Blind! So, den Rest lassen wir mal so. So. Huch! Nein! Jawohl! Jawohl! Komm schon! Nein! Nein! Fuck! Hm, da sind die Raketenwäffer. Was hab ich als Zweifel für eine Pistole? Das ist klar. So, Leute! Hoppla! Okay. Nehmen wir mit. Scheiß auf die Pistole. Aua! 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 Kie3V! Aua! Ich habe noch einen. Oh, 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 oh. Was ist das? Oder? Oh, weh! ok jetzt geht es halt mal hoch hier weg nun so ich jetzt auch wo Putsch die Wall. Die haben doch einfach ja danke für die hilfe leute die sind sehr sehr nice ja die war die ne hätte er nicht irgendwo die ging ich komme hier kaum raus kriegt direkt ein hit ja 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 kommst du ja nicht raus alter oder rein ohne irgendwie direkt abgeschossen zu werden jetzt habe ich ja von wo ich beschossen werde komm sag ich noch mal jetzt kommt er da oder was 1 2 3 tschüss ja passiert den besten mal hier oder von bestimmt meine ja in mb1 ja da war ich ja nicht unbedingt dafür bekannt gerade hatten zu schmeißen da war ich ja eher so der der first frage verrückten marines da hat mir gefallen komm ich irgendwie rum ja tatsächlich das ist die ruhe voll im sturm ich denke schon was hatte der hier diegel m9 halt stopp auf Warpik, Bravo 6, T-72 hinter dem Gebäude auf 10 Uhr, Sie können angreifen, over! Warpik, Bravo 6, ich habe ihn noch nicht verholen, weglaufen, mal weg! Feuer! Gut geschossen, Warpik, jede Menge indirekte Treffer, jetzt nichts, wir raus hier, komme durch! Verstanden, Bravo 6, also, äh, sind wir jetzt da? Bravo 6, das zweite Platon ist unterwegs zum Kaffen an Ihrer Position, wie ist Ihr Status, Auber? Die wertvolle Ladung ist heil und unterwegs, wir sind fast bei Schnellstraße 4 und sollten bald Sichtkontakt zum zweiten Platon haben. Alles klar, Bewegung, habt ihr gehört, ne? Koppel zu, hehehe, zu, hehehe, geil. Bäh! Koppel ist was, hier, Auto 25, die Spezialeinheit ist unterwegs, um Alastar zu holen. Wir brauchen jeden Mann, als du kommst hier ein Auto, ober! Verstanden, wir haben so eben Alastars Aufenthalt der Ort herausgefunden. Alle Mann an Bord, na los! Bäh! Eventuell! Typisch Amerika, eventuell, ja genau. Ich verstehe schon, warum die Protagonisten Engländer sind. Der S.A.S. und so wollte diesen Teilen einfach clever, ja. Das wird, die eventuell haben wir Alastar, ja, eventuell, könnte sein, vielleicht auch nicht. Baraschung, hehehe, ne, kennt wie nicht, ey. Boah, so was würde ich gar nicht verlassen, wir sagen. Ries, die Junge, ich gehe nach Hause. Weil, ey, vielleicht. Tuh, demoralisierung, öh, jojoba, öh. Ja, geil, der Mark 19, ey. Geiler als der Mark 18, ey, ich sag's doch nicht. An alle, jawohl, an alle. Jetzt nicht mehr. Ja, laber mich nicht, der das überlebt, alter. Geiler als der Mark 19, ey, ich sag's doch nicht. Kommando, Herr Rundau 254. Jetzt natürlich stößt vor, wir bleiben lassen. Ja, verstanden. Okay, Bachelor 27, bringen wir diese Airbrons an die Kopf. Altwar, hier Kommando. Die Elf, die hier absetzen, an den letzten zwei Kilometer weiter nach Westen. Ein Stößt vorbitte der Stadtfest. Hö, Stoßtrupp. Tö, ja. Ja, Stoßtrupp. Bewegeung, los, los, los. Verstanden, Kommando, Herr Rundau 254 unterwegs. Bye, guys. Bye, guys. Hi, Deadly. Okay. Ja, und ich hab wieder Framer in Brücke. Fuck. Ich hasse diese Mission, wa? Achtung. Achtung. Warum geht das nicht? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. easy 4k ja war klar Märtyrer ist was für Noobs nö what déjà vu oh 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 come on ok gut vor allem sie laufen davon der richtige face oder zurück an 19 ja ok freiweinbrüche juhu juhu lieber runter kommen oh oh bye jo das ist korrekt das ist gerade passiert ja 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 Au, au, au! Das ist auch so schlecht inszeniert, ne? Die stehen da alle und, keine Ahnung, ey. Ich denke mal, ich als Terrorist, ne, ich würde die halt alle so über den Haufen wichsen, die hier im Hubschrauber sind. Ja, ich habe ein Problem, ich habe einfach. Bye! Fertig, Männer! Oh, nice. Fertig, Männer! Ja, Chef! United States Marine Corps! Ja, Chef! 안타깝', potable? Na? 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 Na! Na? ein ganzer mensch oder wie wahrscheinlich ist denn dass man so eine atomare explosion überlebt man muss doch ja erstmal dass alle vorab geboren sein muss einfach nur am arsch seine dann auch die ganze radioaktive strahlung flashbang weiß ich nicht irgendwie irgendwie mal für mich wenig sind ich verstehe den sinn also den sinn dahinter dass man das noch mal zeigt so aber dann hat man irgendwie als keine ahnung rettungstrupp oder so zeigen müssen weil das überlebt doch niemand hier kann ich jetzt sehen dass ich das überlebt oder dass der paul jackson überlebt hat kampf sauer hier sind alle unsere mates da ist die balayo guck mal wie aussieht die ist voll am absterben oder kobe heftig alle vorab sterben einfach alle auch hier kamera xy vorne vorigiemig ne aber ich glaube das kann man dann leutnant verlässtkäste oder wie heißt auf auf